so hallo und recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf der multimap und ich schau mal was ich hier das problem liegt problem ist hier die maschine hat gerade gewendet knapp die hälfte geschafft hier der häcksler der ist so gut wie fertig ja und er ist fertig habe ich genau richtig arbeit beendet das heißt ich kann nicht eigentlich zurück schicken waschplatz waschplatz das schon mal los geht's dann haben wir hier denjenigen der hat kein erntter und zwar abladen der hier ist eigentlich auch fertig muss er ja nicht den schicken braucht den ja jetzt hier gar nicht schicken wir auch mal zum waschplatz wird er vertaugt die straße sehr schön so der fährt hier weiter wo ist er denn da hier so ja weil ich muss nur gut sein so wenn wir mal raus verdichtung ok 100 prozent da ist okay dann stand mir mal raus da kommt ja noch ein bisschen was immer den radlader das schild ist besser schild ist besser wenn ich mit dem das auf mal dahin so schild So, dann fangen wir da ran. Dann schieben wir den mal ein bisschen runter hier. Dann wieder runter, den Berg hier, war schon aus dem Weg, doch komm, bitte. Er fährt so langsam drauf. So, und da komm schon, komm schon, komm schon. So, oh. Dann auch schön abgeladen. Und fort. So. 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 . So. 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 Ah ja, er kennt es doch gleich wieder, gell. So. 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 Sag'n du so. 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 und naja da passt echt viel ein Das ist schon viel, was man hier so wiegen hat. Und mit hier. Hier. Wenn ich wieder die Kamera gehe. Also weiß ich gar nicht, ob ich es noch machen soll. Mapping gerne, aber ich glaube in game ist es besser, ich mache ohne Kamera. Da habe ich es dann doch besser mit der Qualität hier. Es bringt euch ja nichts, wenn, quasi wenn man mich sieht, aber das Spiel immer hängen bleibt. Da hat keiner gewonnen. So. Ob ich das hier noch wegbekomme. So. Und hier. Da. Und. So. Das ist eigentlich nur einmal in der Mitte. Und hier. Hier. So. Jetzt auch nochmal speichern. Hier passt. noch einmal da hoch. Klappen des dann zu. noch einmal da hoch. und weil ja was sagt er hier hatte ich 99 prozent ich vermute mal einfach nur kurz drauf haben und dann passt es genau auf war jetzt aufgefahren und schon fertig ob das auch klappt mit dem hellgrün schwarz weiß hellgrün und hier kann man gern anfangen und hier 34 prozent sagen wir hier noch waschplatz los geht's und der hier ist schon waschplatz wir haben falsche hier der bühre ist der waschplatz gut hier am waschplatz sage ich mal danke fürs vorbeischauen in der nächsten folge geht es dann dass wir fertig kalken und dann auch öle dich fertig machen und fällt 24 muss gemulcht werden bevor es da auch mit dem öle dich weiter geht also bis zur nächsten folge euer stefan ciao